Der Videotitel verrät es schon, es ist scheißegal, dass meine Frisur kein Stücke sitzt. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich am besten aussehe, sondern es geht um dieses Teil. Und das ist das Herzstück von meinem Setup. Wir gehen jetzt einfach mal hier drum herum und wir sehen direkt, ja, ein bisschen Beleuchtung wäre nicht schlecht. Und das lässt sich natürlich ganz easy regeln. Und schon kriegen wir so ein bisschen Beleuchtung rein. Und nicht nur drin, sondern auch an der Außenseite. Also, ist schon mal echt cool. Aber es geht ja gar nicht nur um die Optik, sondern es geht darum, was ist verbaut. Zuerst, ich will auf jeden Fall dazu sagen, fettes, fettes Danke an Dubaro. Das Team von Dubaro hat mir nämlich den PC vergünstigt auch zur Verfügung gestellt, was ich mega, mega feiere. Nicht nur, weil das quasi einfach quasi, ja, ein Teil des Geldes ist, was man sich sparen kann, sondern einfach, weil ich wirklich viele Seiten verglichen habe. Wirklich viele Seiten verglichen habe, was die PCs angeht. Und ich muss sagen, ich habe keine Seite gefunden, die an die Preise von Dubaro rankommt. Und das ist einfach der Hammer. Es gibt Seiten, die berechnen, beispielsweise, das ist echt jetzt nur ein Beispiel, aber ich habe es gesehen von den Zahlen her. Es gibt Seiten, die verlangen nur 170 Euro dafür, dass sie den PC im Voraus zusammenbauen und dann versenden. Bei Dubaro waren es, lass mich nicht lügen, 44,90 Euro, ein Drittel des Preises, für dieselbe Arbeit und vor allem wirklich für saubere Arbeit. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den Glaskasten ab und dann gucken wir, was in dem PC drin ist. Wie gesagt, also Dubaro ist übrigens auch in der Beschreibung verlinkt. Ich bin wirklich verdammt dankbar. Und wer jetzt gerade wirklich vorhat, ey man, ich muss echt ein bisschen upgraden am PC oder ich hätte gerne einen PC, könnt euch auf jeden Fall da umschauen. Und ihr dürft auch gerne natürlich Preise vergleichen, aber ich sage euch, wirklich verdammt geile Preise. Und ich bin ein Preis-Leistungs-Fuchs und auch ein Sparfuchs. Das ist der Grund, warum ich dort gelandet bin. So, also erstmal zum Gehäuse an sich. Ich muss sagen, das ist das Be Quiet Dark Base 900 und ich bin extrem zufrieden. Das ist einfach so sauber aussehend. Lass mich mal ganz kurz hier was ranholen, beziehungsweise warte mal, wir können ja ein bisschen umbasteln. Wenn ich nämlich jetzt einfach die Lampe nehme, klappt das, wie es funktioniert. Ja, funktioniert. Wow. Totally not planned. Also, hier drunter ist die HDD-Festplatte. Auf der Rückseite vom Mainboard ist die SDD-Festplatte. Äh, SSD. Sorry. Hier hinter, wirklich komplett sauber. Das kannst du einfach hochklippen und dann ist da drunter halt die Festplatte mit Zugang. Hier ist das Netzteil hinter. Absolut sauber gemacht. Wirklich mit dem Vollglasfenster ist das einfach ein absolut sauberes Teil. Dann, äh, zum Mainboard. Das ist bei mir das Tomahawk, das Z390. Bin ich auch bisher sehr zufrieden mit. Ich hab jetzt ein paar Tage bereits getestet den PC und hab auch schon ein paar Videos damit geschnitten und bin wirklich von der Leistung beeindruckt. Ist aber auch teilweise zu erwarten gewesen, denn ich hab einen 8700K Prozessor drin. Ist ja, kennen ja manche Leute, so ein bisschen. Dann, Grafikkarte, ihr seht es schon. RTX, what's your game? Das ist die RTX 2080. Äh, eine der neuesten Brenner. Bin ich auch extrem zufrieden mit. Hab dann auch noch erweitert. Übrigens, wenn ihr euch ein PC bei Dubaro kauft und ihr seht, jo, der ist vorkonfiguriert. Wenn ihr auf Bestellen klickt, dann könnt ihr auch noch selber Sachen konfigurieren. Und das hab ich ja auch gemacht. Nur so, als Nebenhinweis. Das sind nicht nur komplett fertig PCs, von daher. Jeder kann seine persönliche Note hinzufügen. Arbeitsspeicher. Den sieht man jetzt grad nicht, trotz Lampensetup. Ziehen wir die Lampe mal ran. Das ist G-Skill Arbeitsspeicher. 16 GB hab ich insgesamt drin. Bin ich auch noch sehr zufrieden mit. Wird auch erstmal bei 16 bleiben. Weil ich finde nicht, dass ich bisher jetzt noch die Videos, äh, die Videos noch schneller rendern muss. Ich, der, was soll ich dazu sagen. Das ist so quasi das Innenleben, das Herzstück von dem Kanal. Und warum hab ich mir einen neuen PC geholt? Ganz einfach, der alte hat mir so ein bisschen bange gemacht. Vor allem, wenn ich Legos 4 gestreamt hatte, ähm, war das schon wirklich anspruchsvoll für meinen alten PC. Und ich hab ja gesagt, ich werde euch, wenn ich ein Setup mache, einen Vergleich machen zwischen neu und alt. Und deshalb holen wir jetzt mal einfach die alte Kiste ran und dann sprechen wir auch mal über die alte Kiste. Okay, Warnung. Das möchte jetzt wirklich für manche Kabelmanagement-Fans echt schlimm aussehen. Der PC ist nämlich 8 Jahre alt. Der ist von 2010. Und, äh, wie wir sehen, er hat keine schöne Glasseite. Dafür hat er hier so zwei Lüftungsöffnungen. Und das ist mein alter PC von innen. Das ist mir schon fast peinlich, das Ding zu zeigen. Allerdings, die Leistung, die es gebracht hat, hat völlig ausgereicht. Und ich kann trotzdem auch Black Ops 4 in 60 Frames spielen. Bedeutet, nur, dass meine Aufnahme damit ein bisschen kritisch ist, beziehungsweise Stream und Aufnahme gleichzeitig. Da fängt er dann wirklich an, so ein bisschen zu strugglen. Was hab ich denn drin? Also, erstmal, das Mainboard kann ich euch schon gar nicht mehr nennen, so alt ist das Teil. Das ist kein Scherz. Wirklich, ich kann euch nicht den Namen davon nennen. Ich kann euch nur sagen, dass es den Sockel L50 hat, weil das steht da nämlich drauf. So viel kann ich lesen. Und es hat noch DDR3-Speicher. Davon hab ich auch 16 GB drin, also zwei Achterriegel. Die hab ich vor kurzem getauscht. Genauso wie ich die Festplatte vor kurzem getauscht habe, weil hier einfach nichts mehr stimmte. Manche Leute, die im Discord dabei sind und das mitbekommen haben, wissen halt, zu welchem Zeitpunkt das war. Da gab es auch zwei Tage kein Video, weil mein PC einfach nicht lief. Grafikkarte. Bin ich vor kurzem wieder umgestiegen. Ich hatte nämlich die 1070 drin. Also die NVIDIA GTX 1070. Bin dabei, weil die halt irgendwann einfach nicht mehr lief. Ich weiß nicht warum, aber Garantiefall war es auch nicht mehr, weil die auch schon einfach durch war sozusagen. Deshalb hab ich zum Glück noch eine 1060 gehabt, weil ich hab mir damals beide Grafikkarten geholt. Und ja, irgendwie hab ich die eine nie zurückgeschickt. Heißt, im Endeffekt hab ich eine 1060 GTX drauf gehabt für die letzten drei Wochen. i7, 4770, wirklich, ich hab beide Male immer i7 drin. Jetzt beim neuen PC, beim alten PC hier und bei dem neuen, der da vorne schon wieder angestürzt ist. Übrigens achtet nicht auf die Kabel. Ich zieh demnächst um und hab halt vor, mit meinem Besten zusammenzuziehen. Deshalb ist Kabelmanagement gerade nicht 1A bei mir. Deshalb auch Schreibtisch wird anders werden. Ein dritter Bildschirm kommt dazu, Bildschirme werden ausgetauscht, da kommt auch was anderes dran. Also das ist quasi mein altes Setup mit dem neuen PC. Und Kabelmanagement würde ich sagen, Note 3 bis 3 minus, weil das ist einfach nur sporadisch verlegt. Glasflasche und Shisha-Wasserflasche. Übrigens, denk dran, der Schlauch ist von der Shisha. Ich werde immer gefragt in den Livestreams, würdest du es empfehlen? Ich sag immer, nein. Bisschen Suchtpotenzial, deshalb Finger weg, solange man es kann. Okay, gehen wir wieder rüber. Was hab ich erwähnt? Waddleboard, keine Ahnung. E7, 4770, GTX 1060. Und hier ist jetzt meine SSD drin, also auch noch eine SSD-Karte, weil der PC wird verkauft. Beziehungsweise hat schon einen Käufer gefunden. Bedeutet, hier ist halt noch nur eine SSD drin. Die ist, glaube ich, 500 GB groß. Genau, 500 GB SSD, genauso wie bei mir in meinem neuen PC. Ist auch eine 500 GB SSD. Ist einfach angenehm, seine Lieblingsspiele und das Betriebssystem auf die SSD zu schmeißen. So, jetzt haben wir über die PCs gequatscht. Mein alter versus mein neuer. Wie gesagt, mit dem alten, ich war ultra zufrieden mit dem Teil eigentlich. Nur, ich hab irgendwann ein bisschen Angst bekommen, dass er mich nochmal im Stich lässt. Und wenn der mich im Stich lässt, dann lasse ich euch quasi auf YouTube und auf Twitch im Stich. Das wollen wir nicht. Deshalb gab es eine Neuanschaffung. Diese Neuanschaffung muss ich erstmal jahrelang überhaupt nicht erweitern, weil sie absolut auf dem neuesten Stand ist. Können wir... Hey, 5. 5. So, ist fein. Darf ich weitermachen? Kannst du gehen? Kannst du rausgehen? Hey, Abo. Kannst du raus? Danke. Dann kann ich nämlich weitermachen. Okay, äh, gehen wir jetzt zum Schreibtisch-Setup. Angekommen an meinem Schreibtisch ist es dann so, die Tastatur, die ich benutze, ist... Na, man kann es gerade kaum erkennen. Hallo, fokussiere. Ganz genau, die Logitech G910. Bin auch extrem zufrieden mit dem Teil. Also, was die Software angeht, hier diese 10 Custom-Knöpfe, die man selbst belegen kann. Hier oben die verschiedene Modi, die man einstellen kann. Alles wirklich mega nice. Das heißt, die Beleuchtung kann man komplett selbst custom einstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel, schade, es kommt nicht so rüber, aber ich habe halt meine Standardfarbe, ja mittlerweile schon fast Markenfarbe, habe ich genutzt, um alle Knöpfe zu markieren. Und die wichtigen hier, WASD, Leertaste, Alt, Steuerung und die Pfeiltasten, genauso wie hier oben die Steuerung, habe ich natürlich dann in anderen Farben gekennzeichnet, damit es auch abends auf den ersten Blick super simpel erkennbar ist. Sind so ein paar Dinge. Da sind meine schlauen Notizzettel. Da schreibe ich während den Livestreams immer was auf oder auch, wenn ich Videoideen kriege oder Notizen mache, wie DPS-Berechnung, dann landet das immer auf denen. Und dafür benutze ich diese Stifte natürlich. Keine Markenplatzierung oder so. Das Teil da gibt es auch gar nicht zu kaufen. Also das hier mit diesem Stiftehalter selbst. Den habe ich nämlich komplett selbst gebaut in meinem Fachabitur. Kleiner Hinweis am Rande. G510 Maus, auch von Logitech. Bin ich auch mega zufrieden. Auch wenn sie meiner Meinung nach ein bisschen viele Tasten hat, aber man kann dann wirklich für jeden Sinn die Tasten selbst belegen. Ich habe hier zum Beispiel für das Hoverboard in Fortnite, drücke ich hier die Taste einmal und dann drückt er 5 Sekunden, 3,1 Sekunde lang die Taste H. Und die Taste H, hier, ist für mich das Hoverboard. Zwei Bildschirme. Natürlich, welche genau das sind, kann ich euch nicht mehr verraten, weil da kommen auch demnächst neue. Der linke ist wirklich uralt. Der ist von 2010. Und das ist ein richtiger Brocken, wenn man da mal von der Seite guckt. Und den rechten habe ich irgendwann vor kurzem mal in Holland gekauft. Da bin ich sonntags mit einer Freundin hingefahren. Da habe ich mir den Bildschirm geholt, weil ich wirklich für Streamen unbedingt einen zweiten Bildschirm haben wollte. Ich habe nämlich vorher mein Fernseher und davor mein Handy genutzt. Katastrophe. Und ihr seht auch direkt die Programme, die ich nutze. Also rechts benutze ich, bzw. das heißt rechts, ich benutze halt allgemein Photoshop, um meine Thumbnails zu machen. Oder halt hier zum Beispiel mein Facecam-Rahmen. Ist halt immer alles komplett selbst gemacht. Da ist nie irgendwo was genommen. Also ich kann hier auch alles komplett verstellen und weiß auch, wie ich alles verstelle. Also kein Thema. Und Bildschirm links, bzw. Schneidprogramm ist dann auch von Adobe. Und das ist Premiere Pro. Und man sieht auch hier, dass da immer ordentlich Arbeit in die Videos auch einfließt. Was auch extrem viel Spaß macht. Und wirklich mit dem Programm arbeite ich seit Jahren. Schon bevor ich mit YouTube angefangen hatte, einfach Hobby-mäßig. Ich bin mega zufrieden damit. Was das da hinten ist, ich weiß gar nicht, ob da gerade ein Akku drin ist. Doch, das ist mein Licht, was ich mal anhabe, während ich live-streame. Und womit streame ich? Einmal mit dem PC selbst natürlich und mit der Kamera, die sich gerade nicht zeigen lässt. Weißt du was? Dann nutzen wir jetzt die Beleuchtung. Das ist auch noch so eine kleine Kamera. Wird aber auch demnächst geändert. Bin nicht so ganz krass zufrieden damit. Die macht jetzt nicht das schärfste Bild von allen wirklich. Deshalb kommt demnächst eine andere Kamera. Würde ich nicht ihr weiterempfehlen. Ist eine coole Startkamera. Aber ich würde wirklich gerne ein bisschen professioneller das Ganze angehen. Und von daher lassen wir das sein. Dann haben wir noch als nächstes mal ein Mikrofon, was ich benutze. Das ist natürlich hier komplett variabel. Man sieht schon, es ist von Rode. Das ist das Rode NT-USB. Ist auf jeden Fall auch verlinkt in der Beschreibung. Bin mega zufrieden mit dem Teil. Was zumindest die Qualität angeht bei allem. Ich hatte vorher ein Mikrofon. Das war nicht so ganz mein Fall. Mit Windows 10 war das extrem leise. Und wenn man es lauter gestellt hatte, war es ein super Rauschen. Das Mikrofon lässt sich extrem gut einstellen in OBS. Da hat man einen sehr, sehr klaren Sound. Nur wenn ich über die Grafikkarte aufnehme, was ich sehr oft mache. Weil es einfach simpler ist. Dann hat man einen scharfen S-Sound. Das hört sich immer so an, als würde ich total lispeln. Aber das ist echt nicht der Fall. Also wirklich, dat da ist es schuld. Beziehungsweise das Nvidia-Programm Shadowplay ist es schuld. Weil im OBS kann man das super, super gut einstellen. Joa. Headset. Beziehungsweise was auch eigentlich zu dem Mikrofon-Setup gehört. Geht mir das so. Dieses Headset habe ich schon gefühlt. Was heißt gefühlt? Ich habe es wahrscheinlich wirklich schon mein halbes Leben. Ich habe das noch von PS3-Zeiten damals. Und das ist ein Turtle Beach PX22. Schärfe will gerade nicht so. Ah, geht doch. Ich weiß gar nicht, ob Turtle Beach überhaupt einen Kopfhörer baut. Aber ich bin extrem zufrieden mit dem Teil. Und das Mikrofon hier hat einfach einen Anschluss an der Seite. Da kann ich die hier rein stöpseln. Oder ganz simpel. Ich könnte hier hingehen und meine iPhone-Kopfhörer nehmen. Rip-Kabel. Kommt drauf an, wie lange ich streame. Manchmal habe ich die hier drin. Manchmal habe ich einen dicken Klotz auf dem Kopf. Von daher bin ich mal... Ja, ich bin flexibel, was das angeht. Und dann fällt natürlich auf, nachdem das Video fertig geschnitten war, also ich kann hier sogar rüber switchen, ich kann euch jetzt zeigen, dass ich gerade am Schneiden bin. Nachdem das natürlich fertig war, hat sich herausgestellt, ich habe gar kein Ende aufgenommen. Ey, aber gar nicht so schlimm, weil dann hört ihr nochmal, für Leute, die mich nicht verfolgen, aber trotzdem so jetzt wissen wollten, jo, was hat denn das Mikrofon für eine Qualität? Das ist gerade die Mikrofonqualität. Und die ist halt eingestellt von OBS. Finde ich mega nice. Und jetzt habe ich ein Videoende. Also das ist mein ganzes Setup. Dieses Dauerwerbe-Video-Teil muss ich leider unten rechts reinschmeißen, auch wenn ich keine Werbe-Deals mit Logitech oder anderen genannten Firmen habe. Muss es wirklich leider da stehen. Mediengesetze, Kennzeichnungen, whatever. Solange die Produkte in der Beschreibung verlinkt sind, und das sind sie ja, bin ich dazu verpflichtet, euch das so anzuzeigen. Und in dem Sinne, ihr seid informiert, ihr wisst, was mein altes, was mein neues Setup ist. Outro los. Outro los. Outro los.